Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Pestizide sind chemische Substanzen, die zur Bekämpfung von Schädlingen in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Obwohl sie heutzutage allgegenwärtig sind, gibt es zunehmende Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Im heutigen Video möchten wir auf die verschiedenen Arten von Pestiziden, ihre Aufnahme in den Körper, mögliche Gesundheitsrisiken und die Bedeutung von Vorsichtsmaßnahmen eingehen. Es gibt verschiedene Arten von Pestiziden, darunter Herbizide, Insektizide, Fungizide und Rodentizide. Jede dieser Kategorien zielt auf bestimmte Schädlinge ab und wird entsprechend eingesetzt. Herbizide werden beispielsweise zur Unkrautbekämpfung eingesetzt, während Insektizide gegen Insekten wirksam sind. Pestizide können auf verschiedene Weisen in den menschlichen Organismus gelangen. Eine häufige Expositionsquelle ist die Nahrungsaufnahme, insbesondere von Obst, Gemüse und Getreide, die während des Anbaus mit Pestiziden behandelt wurden. Darüber hinaus können Pestizide auch durch die Einatmung von kontaminierter Luft oder den Kontakt mit behandelten Oberflächen in den Körper gelangen. Die Auswirkungen von Pestiziden auf den menschlichen Organismus sind vielfältig und können sowohl kurzfristig als auch langfristig auftreten. Kurzfristige Auswirkungen können akute Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Hautreizungen umfassen. Langfristige Exposition gegenüber Pestiziden wurde mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krankheiten wie Krebs, neurologische Störungen, Fortpflanzungsprobleme und hormonelle Veränderungen in Verbindung gebracht. Die Auswirkungen von Pestiziden auf den menschlichen Organismus sind ein komplexes Thema, das weiterhin intensiv erforscht wird. Anhand bisheriger Ergebnisse ist es jedoch wichtig, die potenziellen Gesundheitsrisiken zu verstehen und angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Um die negativen Auswirkungen von gespritztem Obst und Gemüse zu minimieren, empfehlen wir, bewusst mit der Auswahl von Lebensmitteln umzugehen und auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu achten. Das bedeutet, frische und biologische Lebensmittel zu bevorzugen, die ohne den Einsatz von Pestiziden angebaut wurden. Biologische Lebensmittel werden nach strengen Richtlinien angebaut, die den Einsatz von Pestiziden begrenzen. Sie sind frei von synthetischen Pestiziden und enthalten weniger Rückstände. Durch den Konsum von biologischem Obst und Gemüse können sie ihre Exposition gegenüber schädlichen Pestiziden reduzieren. Darüber hinaus können Pestizide auch die Umwelt belasten, indem sie in den Boden, das Wasser und die Luft gelangen und die Ökosysteme schädigen. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Biodiversität und die natürlichen Ressourcen haben. Wir hoffen, dass Ihnen das heutige Video geholfen hat, mehr über den Einfluss von behandelten Erzeugnissen auf die Gesundheit zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um auch weiterhin informative Inhalte zu erhalten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!